So, hallo zurück zu einer neuen Verforsters-Folga. Hallihallo. Genau, wir haben jetzt Besuch für unseren Mauen. Müssen wir noch loskriegen. Hast du Hunger? Ähm, ein bisschen. Ja, aber hier wäre noch ein Fleisch drin. Frisch gebraten, nur für dich. Wenn du das ächern willst. Mhm. Gerne, gerne, gerne. Ich hab so viel Hasenfälle, das ist ein Wahnsinn. Naja, so. Ist es. Tu es. Ich esse es. Oh, das war für Kugel, der brüchte ich hart. Hä, kann gar nicht sein, das hab ich grad frisch gefangen und reingetan. Ja, aber... Egal. Blöder Vogel. Hab ich gesagt, du sollst stehen. Wegfliegen. Wegfliegen. Danke dir. So. Hallo, warum... Gehst du einfach raus? Ich fasse es nicht. Ich will jetzt Feuer. So. Ich tu nochmal zwei Fleisch rein. Oah, alter. Ich wünschte, wir hätten jetzt irgendwie soo... Wirklichkeit gehabt dazu bauen, die du... ...unser... ...soi scheiß. Kann die Ballen verteidigen, ey. Ja, das ist grad... Die aktuelle Arbeit, die ist, ach, anstrengend. Bären, 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 ey, da wächst doch... Solche Türme sollten wir vielleicht eigentlich in jeder Richtung bauen, ne? Hm? Solche Türme sollten wir eigentlich in jeder Richtung bauen. Ach so. Hm. Brauchst du noch was zum Essen? Grad frisch aufgelegt. Wenn, wenn du noch was hast? Ah ja. Ja, da drin. Perfekt, danke. So. Also, ich bin wieder full und kann mal wieder kämpfen. Warte, ich probier's jetzt noch mal mit dem Katana. Zack. Ähm, was? Verdammt, ich hab gehofft, dass irgendwie... Wow! Äh, hüppala, hat er sehr gut müssen, ja? Oh shit. Das war mein Plan. Aua! Ich bin cool. Haben mich beide gleichzeitig erwischt. Okay, das muss ich damit aufpassen jetzt. schade, dass ich dir noch nicht zugucken könnte, oder sowas. Eeeh. Das tut. Das Glocken bringt er beim Katana anscheinend nicht. so wie viele zeit hast du noch über die also beide hälfte oder hat sich gerade durch die mauer durchgepackt sehr gut danke dir bei mir ist die türkürze aufgegangen das war wahrscheinlich irgendwie ein grafikfehler mein letztes medic nehmen tja was machen wir da jetzt das sind echt viele und ich habe auch keine pfeile mehr die habe ich alle weggeschossen ich hätte es echt richtig bock zu bauen und das geht mir gerade richtig gegen den strich hallo ich bin hier drüben ihr bitches wir haben jetzt die scheiß mutanten rüstung aber irgendwie traue ich mich ich traue ich nicht so schlecht im kämpfen aktuell ich habe keinen bock die sofort zu verlieren ich mache die mauer mehr kaputt als die oder legte noch ein leichen ja das könntest du sein komm her komm her komm du hättest in die scheiß falle laufen sollen du mongolatius aber das neue viele sind ziemlich viele auch gott sagt du gerade ganz im fall noch mal ein bisschen aktivieren dass die lieder so einer ist tot schon drei übrig hey und zwei sind tot ganz hast du bei effetschießen geklatscht oder was bist du dann anzünden oder ja ja irgendwie da hinten sind sie übrigens mal die drei leichen rein da habe ich glaube ich bin eher die knochen und warum werde ich jetzt mal nicht zu hackstöckeln für die fg's die trophy kriege ich nicht ich habe gerade eingekillt mit einem stein also geht nicht das ist bei mir irgendwie verpackt anscheinend sicher dass du nicht freigeschstöckel hast das ist ja nicht geschnallt dass ich habe hier schon öfter nachgeguckt aber nope da habe ich noch irgendwo effetschießen wird genau oder ist noch ein pfeil ja wie machen wir das jetzt noch mal rüstung eher bauen oder so ja oder so auf hause für die effetschießen aber das wird gelöscht außer das eine was ich angefangen habe und sonst irgendwie verlier ich bei jedem kampfschaden bei jeder hatte für die schaden ja bekomm ich sorry ich bekomme schaden bei jedem haben er direkt nicht drin und die ich bin froh dass ich so viel stoff habe ich auch ich tue da mal ein fleisch rein mit ein bisschen eingeborenen geschmack dann ja ja soviel zu dem thema dass wir unsere regale bauen wollten und den garten bauen wollten und das haus anfangen zu bauen wollten ja das ist natürlich gelungen ja das noch ja was ist jetzt mit dem fleisch ich habe dann fleisch reingelegt und es ist einfach weg ich muss sagen wenn wir jetzt so in die unsere vorratskammer geht das sieht schon geil aus also da ist also feld überall voll fleisch ist auch sehr gut verteilt alles ja das stimmt das sieht wirklich sehr ließe aus so ach so es regnet deswegen gehen die ganze zeit unsere ja 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 so ich glaube ich müsste nochmal paar pfeile holen ok ja ich habe gar nicht so viel gebraucht in letzter Zeit wir brauchen wahrscheinlich dann dann noch ein ständerchen hier hat ständer gesagt ja eigentlich brauchen wir schon ein ständer für die fälle für hasen ja ich habe einen echsenhaut und zweimal hasenfell blöcke sagt die echsenhaut kannst du echt als russerl hernehmen teilweise ja wie teilweise ja ja eigentlich schon also ich mache das immer wenn ich echsenhaut habe einfach gleich als russerl rennen boxen ja jetzt haben wir gerade zeit und hier weiter bäume zu holen machen wir gleich oder oder maxi die dingen weiter bauen garten ich habe den weg ein bisschen erweitert schon mal dass es mal ein bisschen das gesicht hat aber ja baumstimme ist ein wichtiger ja super dann mache ich hier mal die baumstämme weiter ey hast du den einen wagen mitgenommen also hier ist das ein wagen ist hier bei mir ich weiß die ganze Zeit nicht ob man mich hört während die motorsäge läuft und ich rede weiß ich nicht ob man mich hört ich habe keinen Platz in uns was ich höre dich nicht ach du baum fällt das ist so lauter ja zu übel ja zum glück kann der baum nicht diesen wagen kaputt machen so da hinten war doch noch ein baumstämmchen da ne uh zwei sogar ich mach mal beide wagen voll ne ja wird schon wieder dunkel es wird grad irgendwie ja ich helfe dir ich dachte ja gerade ich helfe dir wieder ein bisschen immer wenn wir mit dem baum fällen anfangen ne das ist nicht normal warte wenn du dann den anderen voll machst fahr ich dabei mal kurz weg ja äh regal oder garten machen wir jetzt regal äh ja mach regal machen wir jetzt erstmal fertig jetzt komm ausdauer schild nochmal ah ja apropos ausdauer energiemischung ich denke an die energiemischung fang ich grad noch ein bisschen an zu lösen ach ist das blöd hier es liegen wahrscheinlich noch baumstämme rum oder jetzt ja sicher natürlich was denn sonst du bist nass und jester kalt nein ah ah ja zack gefroren what the fuck ne bei mir auch aber nicht so ganz langsam sondern bäm so richtig in your face äh warte viel sticks ist das halt scheißernst da ach zum glück sieht man so gut oh das nur dein ding nein also was trennt denn das so extrem naja gut dann nehme ich mal den anderen wagen mit hier macht das kann den anderen voll machen nur noch irgendwelche wenn ich noch welche finde sofort aber ausgehen sofort überall steine baumstümpfe so kacke ich höre sie schon wieder so laut ich mache sicher selber mal das tors mich aussperren oder wie ah ja die sind da ich bin weg kommt zu dir ja dann kommen in unsere festung ja wenn man schritt die ausdäumen war dann nach unten was die maximale geht zu er ist voll nervig gerade energie wir schon genommen weißt du und dann zwei sekunden später frühe ich ärgerlich so jetzt können wir schlafen oder kommen ja das ist eine gute idee speichern zettel komm lass uns mal eine runde zettel es ist karl kommst du speichern kurz und dann setzen wir mal so habe ich noch irgendwie fleisch roh und roh kann man noch frisch das ist sehr gut das ist nur zwei große sachen oder ist nur zwei vögelchen aber dann ist sich mal da etwas getrocknet vom nom 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 und nein was wir haben einen hasen zu bekommen woher woher geil zurück aber das dauert der ewigkeit mehr da ist es sagen das hat jetzt echt lange dauert also da fummelt man echt so jetzt essen wir das da oh alter es bringt ja richtig gut alter so ein vogel bringt gar nicht was ist gar nicht mehr so wenig ne zwei vögel ich bin voll jaja als wenn es ein größerer vogel ist einmal trinken und ich bin voll und ganz zufrieden ach du hast den weg ja schon angefangen so jetzt gehe ich gleich mal hoch und gucken ob wir irgendwo hier baumstimme vergessen haben weil das lustige seit diesen ganzen steine die respawn einfach und durch und drehst ja das stimmt die response sehr schnell ich hab zwar nichts dagegen aber das teuer brennt hier immer noch nicht immer ausgegangen doch mal ja vielleicht brennt die effekt ist auch länger schön wir haben doch extra die schädellampen vor unseren toren gemacht krass ist ja jetzt warten wir mal wie lange das wirklich jetzt ja ja das ist klar aber die nacht über hat es gebrannt ich finde ich gerade keine baumstämme mehr also anscheinend habe ich alle eingesammelt gehabt jo dann jetzt wieder ins 1 eingemachte auch wenn es jetzt mal wirklich dazukommt dann gibt es schon alles mit diesem raumfeln so was das ist auch wenn wir jetzt mal wirklich dazukommt dann gibt es schon alles mit diesem raumfeln was du eigentlich wenn wir mal produktiv arbeiten darf das ist so langsam wird's hier ganz schön leer ich weiß schon gar nicht mehr wo genau ich fällen soll ich hol mal einen Party nehmen Dynamitstamm gleich im Endeffekt warum lachst du da so versteh nicht warum du da lachst ja das hört sich ganz lustig an wenn man sagt ja ich geh mal kurz Baum fällen denk nicht auch nee jetzt lasst mich halt hier Baumstämmen doch einfach doch noch so viele gleich wieder seht ihr das Jungs wenn ihr das nicht gleich abhaut hängt ja gleich da oh ich höre schon wieder dass wir Besuch haben na das sind viele schon wieder das ist wieder so richtig echt schon wieder so viel oder was 1,2,3,4,5,6 oh mann ich will in die grad nicht kämpfen oh Gott das sind echt viele oh ja 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 oh räuchts eventuell eventuell oh jawohl die Faller 2 Typ ist auf einmal gekillt grad was diese Baumstamm fallen die sind doch ganz nett also wenn die doch da blöd reinbacken oder so okay das ist ganz nice vielleicht nicht gleich ins feuer schmeißen nicht dass das die ganzen dinger dann wieder dies bohren weißt du wie ich mein okay wir bleiben hier stehen oder hä Leute unten ist ja offen ach ja sorry ich bin wieder abgelenkt ich merke das schon ich baue die mal wieder auf wenn man mehrere von den rumhaut hier aufbaut von den Holzdingern oh da hängt ja einer ja dann kill ihn bevor du ihn wieder befreien ja okay schade dass man eigentlich nicht so instant den killen kann irgendwie ja mit so einer geilen Animation irgendwie so einmal mit einem Katana einmal reinhauen ja und wie kriege ich den jetzt da runter killen einfach oder einfach voller erneuern ja 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 passt schon oh ich hab keine ja gut ähm ah da ist gerade einer hinter mir wow ich auch wieder hier assistiks glaube ich gerade ein bisschen also gegen einen Gegner ist das Katana doch ziemlich geil muss ich sagen das war doch auch so schwach aber aber die kommen ja gar nicht dazu dich anzugreifen also weil du so schnell bist ja ja wenn es halt mehrere sind ja dann ist blöd ja es geht es ja da hinten ist glaube ich gerade so eine Falle aber die fallen ne das weil ich was erneuert habe sorry ähm ne ich mein so eine Hasenfalle ist glaube ich ja das ist ja genau das vielleicht warum du ich letztens sah machst du auf läuft er weg warte vielleicht mit bogen ich möchte erneuern ach gut ja hab ich doch gesagt das läuft sofort weg das ist das richtige fail hahaha das sieht so lustig aus wie du das ah herrlich ok warte hey gib mal hast du mir gerade mein Pfeil wecken und jetzt nimmt das ich wüsste ich ne ich doch nicht ne ich doch nicht also ich muss mir mal wieder ein paar Pfeile holen ich bin gleich wieder da ja könnt ihr mal in die Richtung eigentlich mal äh auch fällen weil hier sind ganz schön viele Bäumstien ja müssen wir eh also in der Richtung wo wir es gerade gefällt haben das sind ähm ich hörs ganz laut pochen das heißt hier ist ein Mutant in der Nähe ne ne nicht verarschen ja so du 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 so also ein Pfeil bin ich wieder ausgerüstet mh weg da ja ich mach gleich mal wieder paar Sticks weil die könnten jetzt auch mal überlegen zum Molotow fallen das könnte vielleicht auch ganz nett sein wenn sie einfach mal verbrennen aber da muss man dann direkt aktiv gegen die kämpfen ja das ist gar nicht ja stimmt auch schon fast gegen die kleinen ne weil die sind schon teilweise echt lästig weil es eigentlich auch so viele sind einfach brennt das eigentlich nicht ich muss mal nachgucken ob es immer noch brennt ich hab's versucht glaube ich von anzuzünden aber es ist gar nicht funktioniert hat einfach nicht angefangen zu brennen ja aber man muss es wieder anmachen hat aufgehört zu brennen zu brennen ok ich bin voll ich bin durch und durch voll da ist aber noch so ein Wagen wenn du magst du kannst mitnehmen da sind paar Baumstämme drin ein Moment ja vier auf einmal jawoll ey da hast du wieder Bäume gefällt vier auf einmal sehr gut dann komme ich nochmal zu dir das ist ein graus mit diesem Wagen durch diesen Wald ja das ist so furchtbar das ist Katastrophe aber naja gut was haben wir machen ja wir könnten die Baumstümpfe da alle eigentlichen weg und dann kannst du ja normal durchfahren ja also wenn wir halt vor haben da keine Bäume mehr wachsen zu lassen dann ja falls ja was sagen hey irgendwann soll da vielleicht nochmal Bäume stehen dann eher nie und ist jetzt vier Bäume ist ja nix mehr doch da ist noch ein da sind noch welche da hinten ist noch einer ich hab auch noch einen gut gut ja es geht schon gut voran ja also ich kann mich nicht beschweren der also da waren wir schon mal langsamer ja näher ist aber eine gute Sache dass wir die Motorsäge schon mal gefunden haben und jetzt gut das mit Dynamit das wäre natürlich das hätten wir viel früher machen sollen das geht so gut aber ich verlenke klappt nicht so gut so oft weil oft stehen die nicht so nah beieinander ja das sind halt so vereinzelt aber jedes mal wenn ihr zum Beispiel den Wald dicht ist also ich hab da gerade hingeschmissen vier Bäume auf einmal also ja also ich hab's gar nicht drauf mit dem Wagen da durchzufahren trial in error aber wir können die Fuhre an der F ist dass die äh die Aussage gerade ganz hat ja das wegen der Zeit auf Sprinten drauf bin und dann komme ich gar nicht dazu mich da irgendwie zu erholen aber ich kann jetzt die Fuhre ab äh abladen hier und dann könnte man eigentlich schon fast wieder die nächste Folge ja das könnte man echt machen dann waren wir jetzt doch fast vielleicht die Folgen waren immer ein bisschen länger aber dann haben wir jetzt wieder wirklich fast zwei Folgen nur hier die Regale gebaut ne gut viel gekämpft auch und viel gekämpft also viel gekämpft auch zwischendrin aber aber man so so dann also bevor du raus gehst bänden wenn wir mal die folge würde ich sagen ja ich wollte nur die bären die wachsen ja das nervt ein bisschen das ist doch verpackt die sind doch mal relativ aber wir haben besucht nein kommst du da hatte kannst du schießen da kannst du schießen wollte woher kommt der her vorsicht nicht das ja ja deswegen habe ich dann aufgehört zu schlagen und dann hat er mich natürlich erwischt warte ich stehe mich vor dich aua lol was hat mich jetzt erwischt war das spiel er ich bin so schlecht im kämpfen geworden die erwischen mich bei jedem kampf selbst wenn ich gegen ein kämpf ne jedes mal weil ich das so falsch einschätzt die ganze zeit ich stehe durchgehend so da durchgehend und er macht nichts und jetzt greife ich ja und genau in dem moment wo ich die rechte maustaste los das tach 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 hauen die zehnmal hintereinander es ist so nervig aber bald habe ich meine volle rüstung ich habe jetzt gespart ne ich nicht höf ich habe zwei jetzt na ja sagen wir trotzdem prügelig aber ich glaube wir müssen reparieren ach ja ich brauche vier knochen bräuchte ich noch ich habe ja noch zu diesem scheiß obwohl ich erst so ist ja machen wir jetzt also da haben wir schon zu gut wie viel rüstung hast du denn jetzt drei drei ok jetzt habe ich noch nechsenhaut rein mal jetzt wird Wat? Alles klar Wo bist du? I'm here Oh ja du bist full Was full? Ne full bin ich nicht noch nicht ganz Hier? Ja ja wenn du dich kannst Versteht Du hast mir eine Knochenrüstung gegeben Sehr noble Hä was ist das jetzt? Ist da was drin? Ja Nimm Wollt's dir? Ah fast Hast du es? Ja das ist gut Oh ich hab den verloren Hä wieso? Ne ich fuhr an beim Kampf anscheinend Wie viel hast du jetzt? 1 2 3 4 5 6 Hallo Merci Büteschöne So jetzt müsst ihr sieben haben und ich habe auch sieben Ja Perfekt Sieht gut aus So dann beenden wir mal die Folge Danke fürs zuschauen und hoffentlich schafft es in der nächsten Folge die Regale fertig zu machen Ja so viele Baumstimmen sind das nicht mehr? Ne das sind 79 eigentlich Also das haben wir schon mal geschafft Und das ohne im Motorsäge und so Ja Ja 120 Baumstimmen Das ist schon mal gut Oder noch mehr sogar Ja gut Also dann bis zur nächsten Folge Tschaui Bis zur nächsten Folge Tschüss Tschüss auf Jungs Jungs combos